Hallo und willkommen bei HardwareRat. Hier das Update des 900 Euro Gaming Computers April 2016. Als Prozessor der Integro i5 6500 mit 4x3,2 GHz. Er hat einen Turbotakt von 3,6 GHz, 65 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit und er wird in der Boxversion geliefert, das bedeutet ein Kühler ist schon dabei. Er reicht natürlich für alle derzeitigen Games locker aus und sollte für Gamer die nächsten 2-4 Jahre locker ausreichen. Als Mainboard das der SROC H110M HDV mit dem Intel H110 Chips hat. Es hat USB 3.0 SATA 3, 2 DDR4 RAM Bänke, Pisa Express 3.0, ein 5.1 Soundchip. Und am IO Panel einmal PS2, zweimal USB 3, VGA, Defoyant HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, viermal USB 2, eine LAN-Buchse und drei 3,5mm Klinken für den Soundchip. Und als Arbeitsspeicher 16 GB von Crucial. DDR4 2133 und CL15 sind normal schnell. Es ist ein Dual Kit, was heißt man kann ihn im Dual-Snellen-Modus benutzen. Und 16 GB sind für Gamer die nächsten paar Jahre erstmal genug. Als SSD eine 240 GB A-Data SP 550. Es ist eine normal schnelle SSD und 240 GB reichen in der Regel aus für das Betriebssystem, alle Programme und ein oder zwei Spiele. Dann als Festplatte eine 1 TB von Seagate. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1 TB sind für die meisten unter euch locker ausreichen. Als Grafikkarte die 8 GB Club 3D R9 390. Es ist eine übertaktete Version der R9 390. Mit ihr sollte man die meisten derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Als Netzteil das 550 Watt XFX TS 550G. Es hat 80 Plus Gold, was energiesparend ist und 550 Watt sind für den PC mehr als genug. Dann noch ein DVD-Brenner von LG. Und als Gehäuse das Fractal Core 2300. Es ist ein elegantes Gehäuse mit sehr viel Platz für Komponenten. Außerdem sind zwei Lüfte bereits vorinstalliert. Aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Optional, wer den PC nicht selber zusammenbauen möchte, kann ihn auch für 29,90 Euro zusammenbauen lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Falls ihr Kritik habt, schreibt es in die Kommentare. Dann bis zum nächsten Video.